ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von chain symbol 3 denn ich spiele das wir stehen hier weiterhin mit unserem excella express in newark sind vorhin in trenden losgefahren haben jetzt hier unseren ersten stopp in newark und warten jetzt auf unsere weiterfahrt bis zu unserer endstation new york penn station und ja wir haben abfahrt um 10 uhr 30 wir waren hier relativ pünktlich und ja würde sagen wir schauen hier mal so kurz auf den plan was hier so steht new york 10 uhr 31 das ist unser zug und second pennsylvania kommt auf jeden fall noch einiges an zügen hier reingefahren und da oben steht first 10 und 30 new york das ist auf jeden fall unser zug so ihr seht's newark machen wir doch schnell ein foto dann verriegeln wir die türen lösen die bremsen und fahren neun meilen nach penn station so dann dürfen jetzt 45 wie gesagt nächste und letzte station dann new york penn station sch wie so Richtig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 15 MPH, tatsächlich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war vielleicht dann doch ein bisschen früh Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gehen wir schon mal runter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 15 MPH, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, das ist ja fast mit Fahrrad schneller, irre Aber wahrscheinlich darf man ja ab einem gewissen Punkt im Tunnel nicht mehr schneller fahren als 15 MPH. Ich weiß nicht, wie das in Amerika geregelt ist, aber anscheinend ist das so, das darf man nämlich nur noch 20 MPH. Und gleich nur noch 15 MPH. Und gleich nur noch 15 MPH. Und gleich nur noch 15 MPH. Ich glaube, wir müssen noch 20 MPH. So, dann gehen wir jetzt mal runter auf den 15. Das zählt nämlich jetzt schon sehr weit runter. Ja, vermutlich sagt ihr jetzt auch, das war viel zu früh mit dem 15 MPH, aber man weiß nie genau, wann das kommt. Von daher bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Mag sein, dass ihr da anders seid. Es sei euch gegönnt. 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 So, haben wir da jetzt rot, grün oder was haben wir da jetzt? Links ist rot. Das war wieder grün. Okay. Vielen Dank. So, dann sind wir von New York Penn Station, beeindruckend aus die ganzen Lichter hier, Signale. Wunderschön. So, dann kommen wir auch noch relativ pünktlich an, trotz dass ich so langsam war jetzt. Das kann man ja kaum glauben. So, dann kommen wir auch noch mal. So, dann kommen wir auch noch mal. Falsche Tür. Der riegelt, der entriegelt. So, das haben wir. So, dann kommen wir gelb. Ach, gelb, genau. Gold. Bin ich jetzt gespannt. Jawohl. 52 Minuten benötigte Zeit. Finde ich ganz gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Euer DerDennySpieters. Bis zum nächsten Video. Euer DerDennySpieters. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.